Und damit an Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem YouTube Seine Game Accounts. Es ist soweit, Luigi's Mansion 2 HD ist heute am 27.06.2024 am Donnerstag für die Nintendo Switch erzielen. Luigi's Mansion 2 erstmals vor 11 Jahren für den Nintendo 3DS erzielen, wird nun als Remake in HD auf die Switch geportet. Und ich habe sehr lange damit gehabert, ob ich mir diesen Titel kaufen soll oder nicht. Da es als Original von 3DS zu haben, es ist mir sogar auf meinem 2DS-Downloader, da dachte ich mir doch, komm, holst du dir das Original und sagst dir mal das Original, war das jetzt neu, das ist rauszukommen, das ist wild. Und damit fangen wir auch gleich an. Wieder natürlich unser Main Account, wir gehen an eine neue Datei und fangen an zu spielen. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Ich bin gespannt, was schon bei der Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Mh weprot! Ah! Ahogo… Oh! Oh! Ah? Mano na na naishing! Oh, no, 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 eh? Oh, ah! Ah, 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 ah! Oh, 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 oh! Du bist da Loisi. So sieht man sich wieder. Du siehst etwas nervös aus. Graudes Ruf erschreckt. Keine Angst! Hier in meinem Unterschlupf kann uns kein Geist etwas anhaben. Ach, ist das so lange her! Alles klar bei dir? Du siehst sicher immer noch mit deinem verwegenen Bruder auf wilde Wagnisse, Ristik. Ich hingegen befasse mich nach wie vor mit allerlei Spook und Shrek und Geistereien. Dank unseres Abenteuers damals bin ich glatt zu einer Koryphäe auf dem Gebiet geworden. Doch genug geplaudert. Ich habe dich nämlich nicht zum Spaß für mich eingeladen. Zieh mal da auf dem Bildschirm, das mein Lieber ist der sogenannte Finstermond. Seine rätselhafte Aura lässt alle Geister im Nachtsatten zahm und friedlich werden. Natürlich war es sofort hin und weg und davon um diesen kuriosen Phänomen zu studieren. Und meine Forschung verlief glänzend. Ich sah ein bisschen überhauft mit Preisen. Doch plötzlich drehten sich die Geister völlig durch. Sie fuhren geradezu aus den Laken. Ungefragt. Das war ein Shrek, sag ich dir. Ich musste aus der Gruselvilla hierher fliehen, um mich zu retten. Das hier ist nämlich sowas wie ein kleines Behelfslabor von mir. Von Notfälle, weißt du. Auf jeden Fall habe ich mich nun hier eingerichtet und bin so kräftig am Forsten. Und Potsdonner, weißt du was, der Finstermond. Er ist spurlos in dem Meer verschwunden. Und zu allem Überfluss ist das ganze Nachtsatental nun in dichtem Nebel gehüllt. Laut meiner Messung ist das Wasfinden des Finstermonds der Grund des Lammassels. Wenn wir uns nicht sputen, dann verlassen die Geister noch das Tal und sputen anderswo weiter. Was wird denn dann aus meiner Forschung? Nein, nein, nein. Das darf nicht passieren. Stimmst du jetzt hier? Doch zum Glück weiß ich schon genau, wo wir anfangen müssen. Warte, ich zeig dir was. Dies, mein Bester, ist ein Stück des Finstermonds. Famos, oder? Naja, abgesehen von der Tatsache, dass der Finstermonds der Sprung ist, meine ich. Siehst du die unheimliche Energie, die um es herum leuchtet und knistert? Diese energielästige, geisterbesähmende Aura des Mondes erlösen. Daher habe ich sogleich eine topmoderne, hochentwickelte Reinigungsmaschine erbaut. Und zu feier deiner Ankunft werde ich sie nur einmal einweihen. Dann mal Daumen drücken. Das ist verbracht, du Itzi. Das Mondfragment hat seine ursprüngliche Kraft wieder. Na nun, hast du gerade auch ein geisterhaftes Waban und Wallen vernommen? Hm, oh, ich habe zwei Mal im Wagen. Phänomenal. Der nächste Nebel vor meinem Unterschlupf ist spurlos verschwunden. Schnell schauen wir uns mal die Karte des Nachtsattentals an. Wunderbar, nun sollten wir die große Villa erreißen können. Wenn wir den Finstermond also wieder zusammenführen, sind all unsere Probleme gelöst. Dann wird sicher nicht so der Nebel im ganzen Talisten. Auch die Geister werden wieder freundlich. Ach, bis dahin, aber bis dahin musst du sie leider vor alles aus dem Verkehr ziehen. Jawohl, du, Itzi, du. So gut wie du kennst es, ich kenne es nämlich keiner aus mit dem Geisterjagen. Ich kann es schon wieder nicht lesen, das gibt es ja nicht. So gut wie du kennst es nämlich keiner mit dem Geisterjagen aus. Zumindest keiner, den ich kenne. Die Sache ist nicht ungefährlich, ich würde sie es wissen riskant und völlig kopflos ansiedeln. Jawohl, da bin ich dabei. Aber sie ist so richtig, wie Luis Bock darauf hat, gar nicht sitzend zu... Oh nein, ich will nicht... Ja, ich bin dabei. Aber du wirst einen alten Freund doch keinen Wunsch abschlagen, oder? Wenn ich sehen würde, dass der Typ so zittern würde, da würde ich doch nicht dahin gehen und sagen, ja, mach es mal das. Weil du wirkst mir wie ein Typ, der Kompetenzen hat und es auf jeden Fall gut hinbekommt, Geister zu sagen. Aber du hast da keine Angst. Natürlich ist das so. Doch, aber okay. Bitte hilf mir dabei, den Fitzgerald-Mond zusammenzufügen. Tust der alten Zeiten wegen. Ja, okay. Der alte Zeiten wegen, kann man drüber reden. Und hier geht es dann also wohl los mit ShrekVac915 in der Groosevilla. Soweit so ein Prolog, der tatsächlich leider für den ersten Part auch noch ausreißen muss, weil ich ein bisschen in Stress bin. Aber einfach auf jeden Fall am ersten Part heute schon lanzen. Und in der Groosevilla geht es dann eben im zweiten Part los. Bis dahin sage ich danke für das Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.